In diesem Video geht es um die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSDAP. Ich erkläre dir, was das genau war und wie sie agiert hat. Außerdem erhältst du weitere nützliche Informationen über den Verlauf und das Ende. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, also NSDAP, war eine politische Partei in Deutschland, die von 1920 bis 1945 existierte. Sie ist berüchtigt dafür, dass sie unter der Führung von Adolf Hitler und seinen Gefolgsleuten während des Zweiten Weltkriegs an der Macht war. Dies war eine dunkle Periode in der Geschichte, die Nationalsozialismus oder Nazizeit genannt wird. Die NSDAP wurde am 24. Februar 1920 gegründet. Ihre Ursprünge gehen auf eine frühere Partei, die Deutsche Arbeiterpartei DAP, zurück. Die NSDAP war bekannt für ihre extrem nationalistischen, rassistischen und antisemitischen Ansichten. Im Juli 1921 wurde Adolf Hitler... Die NSDAP vertrat eine Ideologie, die als Nationalsozialismus bekannt ist. Sie vermischte extrem nationalistische, rassistische und antisemitische Ansichten mit einer radikalen Ablehnung der Demokratie und des Kommunismus. Die Partei glaubte an die Überlegenheit der sogenannten arischen Rasse und betrachtete Juden und andere als minderwertig. Sie strebte nach der Schaffung eines totalitären Staates und der Erweiterung Deutschlands durch Eroberung. In den 1920er und frühen 1930er Jahren gewann die NSDAP an Popularität, vor allem aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise. 1933 wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt und begann damit, die Kontrolle über den Staat zu übernehmen und die Demokratie zu zerstören. Das ist bekannt als Machtergreifung. Sobald die NSDAP an der Macht war, begannen sie, ihre radikalen Ideen umzusetzen. Sie führte Gesetze ein, die Juden und andere Minderheitengruppen diskriminierten und ihre Rechte einschränkten. Dies war der Beginn des Holocausts, bei dem sechs Millionen Juden von den Nazis ermordet wurden. Sie führten auch aggressive Expansionspolitik durch und lösten damit den Zweiten Weltkrieg aus. Am Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 wurde Deutschland von den Alliierten erobert und die NSDAP wurde verboten. Viele ihrer führenden Mitglieder wurden wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt und verurteilt. Hofmann Untertitelung des ZDF, 2020